Eine große Herausforderung ist, dass diese Systeme so gebaut werden, dass sie wirklich im Dienst der Menschen stehen und die Nutzer dieses Systems das Gefühl haben, jederzeit die Kontrolle darüber zu haben, wie dieses System für sie kommuniziert. Ja, das kann man ja auf zwei Arten interpretieren. Man kann fragen, werden wir noch verstehen, was denn KI wissen wird oder was KI können wird. Und andersrum kann man natürlich fragen, werden wir das noch können oder wissen, was KIs wissen werden. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich beide Fragen verneinen müssen. Ich glaube, dass in nicht allzu viel in der Zukunft sehr schwierig sein wird, nachzuvollziehen, was KIs wissen und können. Und wahrscheinlich diese auch mehr wissen und können als wir, zumindest in vielen Bereichen. Menschen mit Sprachbehinderung sind häufig auch nicht mehr in der Lage, Sprache vollständig zu verstehen und Sprache zu generieren. Und wir entwickeln KI-Systeme, die aus neuronalen Aufnahmen von Gehirnaktivität herauslesen, was die Intentionen von Menschen mit Sprachbehinderung in einer Kommunikationssituation sind, um dann eine KI für diese Menschen sprechen und interagieren zu lassen. Menschen mit Sprachbehinderung können häufig noch mit ihrem engen sozialen Umfeld kommunizieren, weil dieses Umfeld vertraut ist damit, wie diese Menschen kommunizieren, haben aber Schwierigkeiten, in Alltagssituationen zu kommunizieren. Und wir hoffen uns, dass unsere Systeme diesen Menschen in der Zukunft helfen werden, auch im Alltag und am Alltag wieder mehr teilnehmen zu können. Ich verwende KI bereits in vielfältigen Bereichen, nicht zuletzt in der Programmierung. KIs können ganz hervorragend programmieren und sind als wirklich Interaktionspanne im Schreiben von Computerprogrammen enorm hilfreich. Aber ich nutze KIs auch als Textkorrektursysteme. Wenn ich einen längeren Text schreibe, gebe ich dem gerne am Ende noch einmal eine KI, um irgendwelche Formulierungsfehler oder auch Tippfehler auszukorreieren. Ob diese Techniken in der Zukunft auch interessant sein werden für gesunde Menschen, zum Beispiel um auf einem Smartphone die Tastatur zu ersetzen, wird davon abhängen, was für Techniken wir in der Zukunft haben werden, um Gehirnaktivität aufzuzeichnen. Derzeit ist es schwierig, mit nicht-invasiven Techniken so ein System zu steuern. Und damit so etwas für gesunde Menschen auch interessant wird, bräuchten wir noch eine Revolution in der Technik, wie Gehirnaktivität nicht-invasiv im Alltag aufgezeichnet werden kann.